Wind, Kälte, Heizungsluft und dazu der Kontakt zu vielen Menschen, die krank sind. Unser Immunsystem muss viel aushalten. Meist sind es kleinere Dinge im Alltag, die die Abwehr schwächen können. Ungesunde Ernährung, zu viel Stress, sowie wenig Schlaf stehen ganz oben auf der Liste. Wir verraten die besten Tipps, um es zu stärken. 1. Eine ausgewogene Ernährung versorgt dich mit lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen wie Zink, Kupfer, Eisen, Vitamin A, C, D und E. Diese stärken dein Immunsystem. Übrigens ist auch dein Darm wichtig für die Abwehrkräfte. Unterstütze also auch deine Darmflora. 2. Kummer und Traurigkeit machen krank Lachen hingegen erhöht den Gehalt an Immunglobin im Blut, was uns vor Krankheiten schützt. Also dann einfach mal mit den besten Freundinnen herumblödeln oder eine Komödie anschauen. 3. Leider lässt sich Stress meist nicht komplett vermeiden, aber wer lernt, mit Stress besser umzugehen, tut seinem Körper etwas Gutes. 4. Viele vergessen, dass der Körper die Schlafenszeit dringend braucht, um wieder zu Kräften zu kommen. Hast du Schlafprobleme, dann gehe diese auf jeden Fall an. Wenn du nicht weiter weißt, wende dich an deinen Arzt oder Ärztin. 5. Bewegung hält ebenso gesund Nicht nur Muskulatur und Knochen, auch der Kopf profitiert von körperlicher Aktivität. 5. sto. Bis zum nächsten Mal. 5. Untertitelung des ZDF, 2020